hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tomb Raider 2013 ja mein Name ist Jomo mein Name ist Momo und wir sind hier in einem epischen Game ja genau epischen Game das ist echt wunderschön wie gesagt und wir haben einen richtig geilen Raketen- ach Raketen was rede ich da ein Granatwerfer unter unserem Maschinengewehr unsere Granaten sind voll komm jetzt viel Spaß was war das denn jetzt weiß ich nicht ich hab wollte eigentlich machen und dann musste ich husten und dann so okay ja ja genau das ist das ist richtig geil nein nein komm raus nicht so weit nach oben weiter nach unten schnell hinlaufen FFF ich weiß nicht Bescheid Mann zählst du gut du bist echt ein Pro-Gamer ja danke danke das hakelt hier deswegen ich war etwas hakelt da oder zackle warum ey wir haben nur noch du hast alles weggeballert Uo vorbei ja ich mache mit ihrem Mann aber auch fass auf den Stauber und er machte Bomben jaja um die die Schildsache Style Bohren stückend höher werden da waren wir wollen von der Brun hohen Kuhl nochmal nochmal er wollen die ganze Röschel ja wohl jetzt hast du platt gemacht das ist mal voll die geile Waffe also übrigens ich spiele ich dachte ich wollte es nur mal so entziehen hey guck mal wie viel Bergungsgutpunkte wir haben ja was machen wir gleich hey wir haben voll viele Bergungsgutpunkte ich würde sagen wir machen mal ganz oh wow das da? ja ich würde sagen das da gibt es auch das meiste zu holen warte mal haben wir das? haben wir nicht gemacht Knochen sammler ah ja das haben wir nicht gemacht weil wir nicht so viele Tiere killen ja halten sie zusätzliches Bergungsgut sollen wir das machen oder lassen wir das sein lassen weil wir killen eh nicht so viele Tiere Plünderungen finden sie bei Toten Feinden versteckte Taschen um zusätzliche Munition zu halten finde ich gut sollten wir machen ok hab ich gemacht ah dann hören sie Leichen eines Feindes um zusätzliche Munition zu halten ja wohl hohohoho ok und jetzt kommen wir mal was wir an unserem Bergungsgut anfangen können ja äh da können wir nix machen äh oh die Schrottersvinters sollten wir vielleicht mal machen das Gewehr die hatten da brauchen wir erstmal nix von 4 1 von 1 ach 4 von 5 da gibt noch ein Salvenmodus was denn das das kenn ich jetzt nicht gewährt einen Feuermodus mit 3 Schuss Salve halten sie RB gedrückt um den Modus zu oh das ist ja mal richtig cool aha hey dann haben wir das machen wir hinterher am PC damit ich die äh Steuerung dafür weiß warum das ist genauso wie mit dem Granatwerfer echt ja drittes also das müsste drittes Mausrad sein genau also Mausradtaste hey komm lass uns das machen das ist ja voll cool oder? ja ok der ist so still hat er erstmal überlegt ah welche Vorteile hat das welche nicht ja guck mal ob du für das Maschinengewerner was machen kannst ja haben wir jetzt hier neue da haben wir den Granatwerfer haben wir ja direkt aha was ist das gepolsterter Schaft eine Polsterung von äh Gewehrkolben und Griff zur Stabilisierung der war von einem Feuern ja wenn wir das machen interessant sieht aber scheiße aus können wir noch die Rücklaufbremse machen ja aber die kostet 350 so die haben wir dann nicht mehr ja das stimmt und was ist das? Klebeband Doppelmagazin zwei mit Klebeband verbundene Magazine erhöhen das Nachladetempo ich würde sagen wir machen das das ist praktischer ja wobei der Rückstoß die Rückstoßminderung bei dem Ding echt sinnvoll wäre ich glaube wir sollten vielleicht doch eher die Rückstoßminderung machen oder Laufmantel? Poleter Polster ja ne 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 ich glaube wir motzen unser Maschinengewehr auf ich würde sagen vielleicht ein bisschen weniger Rückstoß das wäre glaube ich ganz gut ok dann machen wir das auch wenn das nicht so cool aussieht muss ich ganz ehrlich sagen ich finde das sieht doof aus ja ja irgendwie das ist immer so wir können ja ein bisschen drüber pinseln ja das sieht so aus vor allem was soll das bringen alter guck mal die hat einfach nur so ein bisschen was da drum gewickelt und schon ist das Ding zehnmal besser als vorher ja frag mich nicht also das ist das ist unrealistisch unrealistisch ist das ja jetzt haben wir den zweiten Feuermodus ach drei schrumpelt oh da müssen wir jetzt schnell zurück wie oh ja ok dann gehen wir nochmal zurück dann gucken wir uns das jetzt nochmal an ja aber können wir sowieso nicht machen doch alle bisherigen Upgrades bleiben aktiv ok hab ich nicht verstanden Pumpgun oh cool jetzt haben wir ne Pumpgun wie jetzt haben wir ne Pumpgun ja ne Pumpgun guck oh wie cool cool ne ne etwas moderner jo jetzt haben wir jetzt können wir sogar noch mehr machen jetzt können wir noch hier Brandmunizom modifiziert Laufspitze die die Projektile mit einer entzündlichen Substanz drängt wow cool das klingt gefährlich ja dann haben wir noch das äh ne das kennen wir ja schon ja ok polierten Polster kennen wir auch ja haben wir ja gepolstert ummantelter Schaft aha ein ummantelter Schaft der für weitere Stabilisierung beim Feuern sorgt ok und hier Patronenmagazin Patronen müssen nicht mehr einzeln geladen werden was das Nachladen beschleunigt ja ok das ist cool jetzt haben wir ne richtig geile Schrotflinte wie sieht's aus oh jetzt haben wir sogar 6 Schuss bekommen guck mal sieht's besser aus schicke Dinge haben wir müssen wir gleich mal ausprobieren was unsere Pistole da Neues kann eine Schrotflinte hat echt nicht mehr viel Monido ne hast du ja auch alles verballert ja sorry ja sorry ey brauch dich nun mal oh macht der Boom musst du laufen ja ne lachen nicht schwer Vorsicht ganz vorsichtig ist echt witzig in diesen Szenen wo extrem viel Bewegung was das Feuern gibt ist die FPS höher als jetzt ja sehr muss dann nicht beinahe doppelt so viel hallo ach da kommen wir gar nicht durch oder was ne ach schrubbelt ah ne 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 meinste boom das ist das finde ich so geil noch 6 Granaten haben wir kriegen wir hin wow das sieht doch richtig gut aus alter oh 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 scheiße jetzt müssen wir unserer Freundin helfen los jetzt lauf aber lauf lauf ja ich beeile dich beeile dich stoßen wir stoßen sie wieder zu Sam ah jetzt müssen wir hier wie alles in die Luft springen das ist echt cool ja so jetzt sehen wir die Pistole jetzt probieren wir das direkt aus ok alternatives Feuer wow cool drei Schuss auf einmal macht er wie geil ist das denn äh cool das geht richtig ab so machen wir ein bisschen boom äh cool nur hab ich das Gefühl wenn du das machst dass dann dir der Schaden der Stärke Durchschlagskraft der Pistole nachlässt wenn du das mit diesem Salvenschuss machst meinst du das kann ich dir nicht sagen aber es wirkt echt gut ey du Peller nicht fahr auf mit dem Scheiß oh das ist cool nein 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 ist nur ein bisschen Kacke auf der Mausradtaste wenn du denn nämlich das Mausrad aus Versehen drehst ja dann wechselt ihr die Waffe boom wow das war geil oh links ist einer wo links rechts links ist einer rechts was denn jetzt da oben ach so ja warte warte rechts hoch und dann die Treppe rauf machen wir alles ich guck mal eben hier das sind ja nur blöde Eimer na klar was willst du denn mit dem Eimer was soll ich denn damit komm her wow direkt abgeballert links ist einer links ja warte 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 komm her komm her Patsch los alter nein 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 schnell weg hier schnell weg hier schnell weg hier alter also das ist echt super fähig ich hab so das Gefühl dass diese Rückstoßbremse nichts gemacht hat ja weiß ich auch nicht irgendwie das ist trotzdem schwer damit zu schießen ja doch es hat was gemacht ja ja sie hält das Gewehr jetzt etwas ruhiger oh wir haben sogar jetzt zwölf Schuss ja noch nicht noch nicht wie fern war da 40 ok dann wollen wir ein bisschen dafür da rechts wow ey du blöd Mann du kannst uns sicher in den Faden setzen sauber du hast ihn abgefackelt ok jetzt noch der da komm her bam so schnell weg hier schweig hier wow Feuer Feuer das ist so heiß das ist so oft damit der hat Durchschlag so hier ok ok Granaten haben wir keine mehr also brauchen wir keine mehr 102 äh nein 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 mach schieß nein nein jetzt hab ich nicht aufgepasst ja der war richtig gut oder total Pro Gamer danke oh jetzt dürfen wir den ganzen Dritten nochmal neu machen ja wer schlecht spielt muss mit der Strafe rechnen also muss er wird beschraubt boah jetzt ey da hast du aber jetzt ja falsch gesagt ne pass gut auf diesmal erstmal schön dann oben boah das war gut soll ein bisschen freimachen hier ja und dann hier oben aber aufpassen ne oben links ist einer oben links ja hab ich gesehen oh der hat ein bisschen nein 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 aufpassen du hast nicht mehr so viele Granaten ne ja so und jetzt der Säufelschuss boah dann geht die direkt hoch ey wow das ist echt schwierig alter okay ich muss ein bisschen näher dran gehen scheiße wir haben nichts mehr ah da liegt noch Mundi jo 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 ich hab's gesehen mitnehmen mitnehmen alles mitnehmen 125 Bergungsgutpunkte haben wir wieder wie viele Granaten haben wir noch äh sieben sieben Granate oder so jawoll was nie brenne brenn doch selber du Penner brenn brenn du schwein nein nein scheiße ich wollte hier ein bisschen die Waffe wechseln aber der ist da oben irgendwo da siehst du ihn oh Brandpfeile sind das effektivste ich hab alles in Flammen gesetzt komm her komm her du wunderbar blöder Drecksack boah das das war gut danke 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 boah ihr Drecksäcke das ist echt cool pfuh schon wieder einer so den haben wir in Flammen gesetzt haha au au oh oh Munition Munition mitnehmen mitnehmen ich glaub oben links ist noch Muni ja da oben ist noch da ist gerade jemand hochgegangen komm her ne da ist ach doch da ist er oh man sieht die Drecksäcke nicht ey ich na oh mein Akku ist gleich leer noch 4% was machst du können wir da irgendwo hochklettern äh I don't know das wäre ja echt super yes das war nicht gut jetzt haben wir uns jetzt in die Luft gesprengt oh kacke ja ja hä wo lebt die denn nach du Vogel geh weg du blöd man du bist ein bisschen Blei in den Körper gepumpt jetzt hab ich die Schnauze voll du blöder Drecksack boah das war gut boah alter ich hab das gar nicht mehr so schwer in der Erinnerung ich dachte wir haben nur ungefähr 100 Leute das sind doch locker über 10 ich hab das gar nicht mehr so schwer in der Erinnerung ey welch Schwierigkeiten ist das normal keine Ahnung oder haben wir schwer genommen ne 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 wir haben nicht schwer genommen ich glaub wir haben normal genommen ja ja ich weiß es nicht mehr komm her äh nein 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 du hast gegen jemanden geschossen so jetzt reicht's aber in Drehung so Hilfe dir wird keiner helfen du Penner du wirst jetzt sterben oh alter da ist voll die Suppe gespritzt da spritzt du voll die Suppe sie hat eine Waffe wirklich du hast dich so weit geschafft ohne Waffe so nachladen oder besser gesagt ich wollte eigentlich sagen hätte sie es ohne Waffe so weit schaffen können so ja durchschleichen ne äh warte da waren noch Granaten wo waren noch Granaten längs bei dem Typen oh du hast recht ja eine hast du mitgenommen können wir eigentlich Granaten auch so werfen ne 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 das ist ja voll ich meine irgendwie das ja gut nicht so schlimm was hat das oh sie ist da unten versuch freies Schussfeld zu kriegen die Outsiderin ist da unten oh oh scheiße scheiße oh kacke ey der hat so ein mega Ding ey das Ding hat ein bisschen mehr Durchschlag als das was die anderen haben ja den müssen wir irgendwie kaputt machen ja ich glaub du musst näher ran so warte warte da links siehste ja ich hab's gesehen nein 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 das kannst du vergessen das ist aber relativ genau das Ding alter wir könnten da links uns retten zu der Wand naja lass den mal schießen gleich hat er keine Buni mehr oh 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 der war nicht so gut du kriegst mich nicht oh der macht da alles kaputt die hohle Frucht so schnell rauf schnell rauf schnell rauf alter Schwede okay und jetzt schnell spring so schnell da rüber schnell da rüber mach sie mach sie platt mach sie platt patsch patsch oh 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 das gibt ne Axt jetzt haben wir nichts gesehen macht nix jetzt haben wir's gesehen oh okay Granatwerfer yo dann machen wir den jetzt alle komm her ich krieg dich woher weißt du dass du einen Granatwerfer hast das weiß ich nicht oh das war ein guter Schuss cool danke jawohl cool so jetzt haben wir das geschafft Lara Lara kletter rüber na los lauf zu Ross ich komm nach und Sam steig nicht in den Helikopter vertrau mir einfach bitte vertrau mir geh okay ich würd sagen an der Stelle machen wir dann auch Schluss das würdest du sagen ja aber das ist genau der perfekte Moment okay da hast du recht machen wir in der nächsten Folge weiter cool dass wir dann über die Mauer kommen äh raus aus dem Lager und dann ja wir machen das Sam wir hoffen ja dass euch diese Folge gefallen hat ja das hoffen wir wirklich das hoffen wir wirklich und dass ihr dann nächstes Mal auch wieder einschaltet genau auf Wiedersehen auf Wiedersehen das hoffen wir auch wieder